Ja, für mich war nämlich da empfohlen ein Flash-Mob zu LMEFO, zu Party Rock, in Basel, in so einem Einkaufszentrum, das war übelst geil gemacht. Das Geile ist ja, in der Schweiz ist ja noch total einfach, solche Flash-Mobs zu machen, weil da gibt's ja nicht sowas wie in Deutschland, das sich GEMA nennt. Und da ist es übelst einfach so ein riesengroßes Teil zu machen, weil da eben keine Probleme bekommst. Ansonsten, wenn du in Deutschland so ein Flash-Mob machst, bezahlst du dich erstmal in der GEMA, dumm und dusselig. Oh. Sorry, ich dachte, du hast volles Leben. Ja, das dachte ich auch. Super. Das hatte ich auch noch. Was? Wirklich? Ja. Das ist bloß ein Power-3-Bogen und Punch-1. Ich hab jetzt einen Power-4-Bogen, Punch-2 und Unbreaking-3-Bogen mir zusammengecharntet. Das heißt, das ist ein One-Shot-Bogen. Okay, der ist eindeutig gut für den Kampf. Aber nur ohne Rüstung. Ja, nur. Also, dann brauch ich mein Zeug wieder. Ja, kannst du hier holen. Liegt nur rum. Ja, super. Mit Rüstung würde ich mal sagen, zwei Schläge. Zwei Feiler. Ich brauch Holz. Lukas, ist es da in Ordnung, wenn ich dein Konstrukt abbaue? Nein. Wo geht's denn hier runter? Ist mir auch scheißegal. Da geht's in den U-Bahn-Gang, schätze ich mal. Keine Ahnung. Am Ende von Lukas' seinem Steg-Dingens. Ja, da geht's. Wenn es so mit Leitern ist und in die Erde geht, dann ist es der U-Bahn-Gang. No, ist es. Lukas, wir haben ein Problem. What's up? I need gold. Gold? Because I have too wenig Booster-Rales. Rede Deutsch. I have let's, as I recorded the last time with Marius, I talked about a quarter of, a quarter hour only English and it was very, very bad. Ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß. So, die chinesische Mauer ohne Krone ist errichtet. Krone hab ich. Der King. Aha! Das ist so unnötig, dass du da auch noch lachst. Das ist nötig. Und jetzt zeigen, wie an King du bist. Oh, ich dachte, die wäre eine Leiter. Ah, die war da drüben. Oh, was will denn mein Handy wieder? Zu geringer Akku. Alter, man kann doch ein Handy mit 5% Akku betreiben. Was habt ihr denn hier für Probleme? Na klar. Seht alles richtig. Ehrlich? Wer will denn das, ey? Ich betreibe auch mein Rechner immer bloß mit 5% hier Strom, ne? Aber da kriegt er keine 230 Volt aus der Steckte, da kriegt er bloß 5% davon. Und das läuft auch, also. Ja. Eigentlich könnte ich in diese Burgmauer und sogar noch irgendwas geiles reinbauen, so. Was geheimmäßiges. Da muss ich ja demnächst dann anfangen, meine Fallen auszutüfteln. Oh, ja, ich auch. Ah! Steht ein Creeper. Da steht ein Creeper mitten in meiner Mauer. Ein richtig männlicher Schrei, Rekorder. Mir war schon klar, dass hier irgendwo was steht, aber nicht kleinen Creeper. Also ich hab damit gerechnet, ein Skeletter oder Zombie habe mich zugekommen. Aber nein, was kommt? Ein Creeper. Wann, wir runter. Was machen Creeper meistens? Boom! Solltest du diesen Sound einfügen, mit diesem... What the fuck? Kennst du den? Nee. Du kennst gar nicht, oder? Doch, ich kenn deine Mama. Oh ja, die kennst du jeder. Aha. Woher denn? Aus dem Todesanzeigen. Guckst du einfach unter Markus Krieg. Und dann starb durch Mutter. Krieg ich. Du wirst schon eine. So. Lukas, hast du ein bisschen viel Koppelstund, den du loshaben willst? Gar kein Stein. Markus, hast du ein bisschen Koppelstund, den du loshaben willst? Ich hab noch nicht mal Holz. Nicht mal Erde. Aber das brauch ich noch nicht. Scheiße. Man brauchte fünf Gunpowder und vier Sand für ein TNT, oder? Oder andersrum? Uuuh. Jetzt fängt das wieder an, Alter. Weil wenn das vier Gunpowder wären, dann könnte ich mir schon ein Stack TNT machen. Krass. Boah, Alter, ist das geil. Ein Stack TNT? Was denn damit alles in die Luft jagen kann? Ja, das ist auch recht gut. Geil. Ich kann doch mal erinnern, ein echt schlechtes Video. Zehn Wege, wie man sich selbst töten kann in Minecraft. TNT falsch abbauen. Dann nimmt er ernsthaft ein Feuerzeug. Ich weiß, der hat ein komplett leeres Inventar, hat nur ein Feuerzeug und nimmt natürlich das Feuerzeug in die Hand, baut ein paar ab und dann macht er aus Versehen statt ein Links-Klick in Rechts-Klick. Lustig. Echt lustig. Okay, ich muss mal gucken. Ich will nämlich jetzt so hier nicht mein ganzes Gold verschwenden. Mein Iron verschwende ich gerne für Lukas, aber nicht mein ganzes Gold. Deswegen wird Raphael da mal was blechen müssen. Hat ja bestimmt irgendwo ein bisschen was an Überfluss liegen. So wie ich den kenne. Jetzt habe ich Redstone vergessen. Eine Redstone. Ist ja so episch. Ich baue mich einfach so mal random runter. Die erste Schicht Stein, Gleieisen gefunden und Kohle. Oh, schön, Kriegi. Kriegi lernt die Welt kennen. Hast du das beim ersten Mal hingekriegt? Wie definierst du das erste Mal? Ah, das erste Mal. Oh Gott, jetzt sind wir wieder Kleinkinder, Alter, angekommen. Wie du? Oh. Was sag mal? Naja, das erste Mal runterbuddeln. Ja, waren das erste Mal überhaupt oder das erste Mal in der Season oder das erste Mal heute oder das erste Mal gestern? Das erste Mal überhaupt. Das stimmt bei dir auch nicht so, weil du hast dich nie das allererste Mal überhaupt runterbuddelt. Oh, das erste Mal. Das erste Mal dieses Sießen geht auch nicht, weil du dich heute auch noch nicht das erste Mal ohne Buddelt hast. Denn somit bleibt nur übrig das erste Mal heute und da muss ich sagen, nein. Bist du leidenschaftlich bescheuert? Bist du? No. Bist du? Bist du nicht mehr, was ich machen wollte? Ach ja. Du wolltest dich mit TNT falsch abbauen. Ich kann dir auch, wenn du willst, einen TNT-Block geben. Also daran soll es jetzt nie mangeln. Oh, na klar, gib her. Na, denk dran, immer falsch abbauen, ne? Na, das kann ich nie garantieren. Ach, wegen TNT-Block. Ich kann nur garantieren, dass danach was gut geht. Ach so. Was denn? Oh, Mann, das ist eine scheiß Rohstoffe hier. Der hat aber Windschkern-Powder. Das ist hinterher. Das ist ein ganzes... Das ist alles in seiner scheiß Enderchest-Bunkern. Lappen. Der Bunker hat dann bitteschön jetzt einen ganzen Rohstoff in der Enderchest. Mach ja nicht mal ich. Na, ehrlich mal. Das ist ja scheiße. Hat Marius noch Gold? Keine Ahnung, muss ich gucken gehen. Weil ich hab bloß 24. Also 24 Power-Trail. So, Marco, ich geh jetzt fahren, wenn du willst, kann ich gar nichts mitkommen. Hm, schon wieder? Eigentlich schon wieder fahren, weil ich ja keine Dias hab, weil ich die alle verloren hab. Gehst du irgendwie immer fahren, oder? Ja, weil ich jetzt kann man nichts machen kann. Aber kann man Erfolg haben, oder auch nicht? Ach, du gehst ja immer fahren und dann danach wieder zu sterben, damit du dann wieder nichts hast. Das Geile ist, mit dem Knockback-Schwert geht mir kein Creeper mehr so einfach hoch. Weil die alle Weckerungs-Schweren. Ja, super. Das ist auch echt cool, wenn du gerade gegen Skelette kämpfst. Wieso, die werden so weit, die werden so weit Weckerungs mit, äh, mit, mit hier, ähm... Knockback 2, dass die wieder erst anrennen müssen, bevor die überhaupt wieder... Also die kommen erstmal näher, bevor sie dann wieder schießen. Und somit kaltst du die auch im Schach ohne Probleme. Wenn du Knockback 1 hast, ist das nicht so. Und das ist dann wiederum scheiße. Aber bei Knockback 2 geht das. Und einiges Gelächter, Marisch von Kill. Das ist ein Bond, von Hiebke. Weil... Ah, schön. Ich bin gerade so rumgelaufen, hab ein Block abgebaut, weil die Linie eine Hölle nicht kurz überrascht. Ich habe noch zwei, ich habe noch zwei Arten. Ich wünsche, dass das Gelächter und der gekommen ist. Nein, nein, nein Gott. Jetzt gar kein Monster sind, das. Ja, toll. Ja, das Schlimmste ist, wenn du so ein Diaschwert mit Level 30 verzauberst und dann kriegst du ein Band der Glieder, äh, Gliederfüßler hoch 3 oder so ein Scheiß. Also das ist für mich das Schlimmste. Wenn du diese Scheiße bekommst. Das ist die sinnlose Verzauberung, die es gibt. Mit einigermaßen Skill ist das egal. Und er rockt sie einfach nur weg. Connection lost. Do you have internet problems? Na, das kann ich alles nicht mehr. Alter, ich habe eine übelst langsame Downloadgeschwindigkeit, Alter. 4 MB plus, ey, keine 6er. Ne, M-Bit. Aber der Upload ist ganz geschmeist. Der Upload geht richtig geil. 600 MB in einer Stunde, das funkt. Sonst haben wir eine ganze Nacht dafür gebraucht. Wenn ich so höre, dass jemand sagt, ja, 5 GB Video dauert 3 Stunden, ey. Das ist viel zu langsam, dann greife ich mir ein Ohr im Koppel. Für 1 GB Video habe ich über 24 Stunden hochladen müssen mit meiner alten Leitung. Nice. Das geht sehr glücklich, nicht wahr? Das geht sehr glücklich, weil es ja etwas länger, schneller. Ich wollte ja zu Marius gehen, um Holz abzuklauen, ey. Äh, nee. Gold abzuklauen. Stimmt, der hat ja Lappen oben. Wenn du Holz klaust, dann bist du echt schlimm. Ich hab Holz. Ich hab mir versprochen, Junge, du versprichst dich auch, ey. Ja und? Ja und, jetzt schau mal nicht so, als wärst du fehlerfrei. Ich bin fehlerfrei, ich tue nicht so. Ha, geiler Witz. Das war unnötig, das war total unnötig. Und böse. Schon wieder Eisen gefunden. Oh, Magis hat vier Gold. Wow! Oh, ey, die hat bloß vier Gold. Ich mach aber sechs! Die hat nur zwei. Marius, sei mir nicht böse, aber ich mach jetzt den gesamten Holzvorrat. Den ganz gesamten Goldvorrat, alle. Oh Gott. Oh, Magis, ich sagst du nix mit deinen Öfen zum Brennen, ey, du Mongo. Naja, ich häng ihn dafür aber. Zehn Gunpowder, ne? Und zwei Knochen und ein bisschen String, damit das ist ein String-Tank. Gar neu machen kann. Schon wieder Eisen, Alter. Ich brauch eigentlich Kohle, aber Eisen ist zu hoch. Alter, ist so nervig, ne? Kannst du mir geben. Na, frisch behindert. Wenn du mir für ein Eisen drei Kohle gibst, dann bin ich im Geschäft. Ein Eisen, drei Kohle. Na gut, sag mal vier. Nö, drei Kohle ist in Ordnung. Hm. Na gut, jedes dritte Eisen krieg ich dann vier Kohle. Ne. Es werden dann auf drei Eisen insgesamt neun plus eins, also zehn. Drei Eisen, zehn Kohle. Ja, du gibst mir 16 Eisen. Hab ich nicht. Und ich geb dir 60 Kohle. Ah, hm. Könnte man das Angebot auch verschieben? Auf fünf, sechs Parts oder so? Hm, von mir aus. Okay. Dann sprechen wir uns da nochmal. Okay. Hot topic. Ah. Ich hätte dir ins Rohreisen gegeben. Oh. Da gibt's bloß eh ne Kohle. No. Also, ne, du. Da, ne. Also. Also. So kann ich nicht weitergehen. So, Mario. Jetzt muss ich einmal überlegen, wie kann man deine Bahnstrecke jetzt hier gescheite bauen. Ah, okay. Ich habe einen unschlagbaren Plan. Ich hoffe, das geht ein bisschen. So. Okay. Also, Luca. Ich fange jetzt an, deine Bahnstrecke hier zu bauen. Okay. Ich weiß auch nie, wie weit ich komme mit dem Booster Bills. Wir haben Fehler gemacht, oder? Fick, ich brauch was zum Naschen. Was? Was zu essen. Warum? Das Hunger? Er macht den Bäm und steckst dir in den Mund. Okay, wie geht dir? Wie crafte ich mir eine Bämme? Eine Kniffte? Du gehst in deine Kitchen. Deine Kitchen Connection. Nimmst dort deine Butter. Deine geile Schmerz-Budder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme die Chips, die neben mir stehen. Okay, Lukas. Weil die Strecke ein bisschen länger ist, muss ich mal ein bisschen mit dem Boost runtergehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Auf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Das heißt, bloß aller sechzehn Block gibt es für die Spuße und die aller Zehne. Das müsste auch funktionieren, aber du bist ein bisschen slower. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich. Hörst du dich? Hörst du dich? Ich nehme auch, ich glaube, meinst du nicht. Ganz ruhig. Ich meine, du bist, Adi, aussteigen. Ganz ruhig, Frau. Ich habe dich gehört, aber mir ist es egal. Ich kann das nicht mehr. Ich könnte einfach sagen, was ich mache, weiter weiter. Ich bin nicht so lieb, wenn ich mich nicht mehr. Hörst du mich mal scheiße? Also, du, Lukas, ne? Heißt jetzt sowas, das nennt sich Bahnstrecke? Nee, hab schon nicht. Aber ich hab in den Gang, ja. Ja, die ist fast fertig, aber jetzt sind wir am letzten Stück meine Schienen ausgegangen. Hm, da komm ich mal hin zu laufen. Das heißt, ich bräuchte noch zwei Schienen, damit du einen Bahnhof hast. Keine Ahnung, wie ich meine Schienen mache? Nein, zwei Booster-Wales. Warte mal, doch. Das muss da hin, aber es muss da klappern. Weil es bis ein bisschen eng hier dein Bahnhof und so, ne? Ich bin überall. Ha. Nicht schön, aber erträglich. Nicht, ich gehe nicht, wenn sie wieder nicht so benutzen. Achso, aber wir sind bei anderen genug. Und was ist das so für eine Versursung von Verschwindung? Für tausend, und so, aber an sich oder wenn ich mal konnte, wenn ich meine, ins Dorf komme, aber ansonsten will ich auch nicht, auch muss ich also, wenn ich in den Dorf reinkomme. Du hast nicht zufälligerweise irgendwie Eisen bei dir? Eisen, fünf Stück. Ich hab's. Fünf Stück, fünf Stück. Ungebrannt aber. Ich kann sie dir auch zurückgeben. Nein, nein, ich hab ein bisschen Holz mit, da kann ich sie auch brennen. Ich kann sie dir zurückgeben. Ich hab's mit. Ich hab alles. Dir könnte ich's geben. Dann spende da. Ich muss halt ein bisschen schlecht mitten hinkommen. Ich geb's dir auch zurück. Ich geb's dir zurück. Deine Tür ist irgendwie sinnlos, wenn ich das sagen darf. Hey. Ach ja, ich hab die bei mir. Die soll ja auch nicht dich aufhalten, sondern Skelette. Ach, da bist du. Ja. Gibt's mir das Eisen? Ja. Wie viel brauchst du? Fünf. Drei, vier, fünf. Er. Nee, warte mal. Ja, ich geb den Rest zurück. Okay. Hä, denkst du? Nee, nee. Hier, deine sechs Eisen. Das hast du mir elf gegeben. Okay. Komm mal mit. Was willst du damit machen? Komm mal mit. Ja. Kann man kackt sehen beim Schießen? Ich hab schon wieder gerade einen älteren Tunnel von mir gefunden. Ach, als du früher noch Jungstripper warst. Äh. Du bist vergiftet. Möchtest du was zu essen haben? Möchtest du? Möchtest du? Alles easy peasy. Danke. Setz schreien. Vor allem die Hölle. Kannst du den Button hier pushen? Der hier ist? Sekunde, wofür das Ding hin? Die Hölle. Nein, nein, zu Marius. Dann komm mal wieder zurück. Da, da. Ah, nee. Nee, kommst du nicht so einfach zurück. Das muss ich dir noch zeigen, wie du da wieder zurückkommst. Ich komme hinterher. Soll ich hier einfach hängenbleiben? Ja. Aha. Das ist so gedacht. Wir müssen nochmal gucken. Nein, 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 nein. Hm. Marius, ich glaube, wir werden nochmal von dir ein bisschen Eisen. Mach halt mal ein Holt voll auf Harzer. Wie du den das sagst hier so, wenn du dich dann irgendwann das Video anguckst, wie du das Eisen geklaut hast, dann wird es nicht immer so bestehen, dass man so fragen, wer hat das geklaut? Also Marius, Marius, das Eisen hier, der Alte ist Gold, das kriegst du nicht zurück, aber das Eisen kannst du, wenn du es zurückkommst. Wie steigt man aus so einem Ding aus? Links Shift. Und du hast dann einfach nochmal auf den Button gedrückt oder dann bist du zurückgefahren? Nö, ich bin einfach nach vorne. B, hab ich gemacht. In der Hoffnung, dass ich damit aussteige. Mal gucken, ob der Bahnhof so funktioniert. Ich packe meinen Katrin fest. So, ja. Was ist denn das hier für ein Müll? Soll das Aliens beschwören? Was? Naja, es sind Erdblöcke mitten in der Wüste. Nein, das ist die Zeichnung für einen Lukas, der mit der weiß, wie eine Rüstung geht. Ah ja. Das ist schon toll. Wisst, wisst du das etwa, hm? Ja, Lukas, an deinem Bahnhof steht eine Kiste, da ist ein Minecraft drin. Das ist das Minecraft von Marius mit seinen fünf Eisen. Und das von Marius, das war ich selbst. Um zu testen, ob es funktioniert, so wie ich es mir denke. Oh! Mann, ich will ihn kratzen, der hier vor dem Computer hat. Ne, ich trinke Pfanda und wenn ich Pfanda trinke, da kann ich immer nicht so gut rülpsen. Das sind dann eher so, ja, abbärmliche Sachen. Ja, das klingt schon ein bisschen wie ein sterbender Schwan. Ja, so ungefähr. Ja, komm ich immer nicht gut klar damit. Ne, ich komme mit dem Geräusch auch nicht gut klar. Weißt du, mit wem du auch nicht gut klar kommst? Hm, mit vielen. Ja. Brauchst du mir alle aufzählen. Ne, wollte ich aber gerade machen. Ha, ich will ne Redstone-Fackel setzen. Was finde ich? Eisen. Hm. Äh, ist ja gar nichts, Bitch. Ha, who is the King? Keine Antwort. Okay, da sage ich es jetzt eben nochmal. Jeder ist im Herzen ein Michael-Fan. Es geben bloß die wenigsten zu. Aus welcher Bild der Frau hast denn du das raus? Was? Aus welcher Bild der Frau? Das ist meine eigene Bestimmung. Das ist die Weisheit. Du bist echt schwul. Ne. Das geht nicht. Ich bin ja nicht schass im Lieberfeld. Jetzt habe ich das irgendwie überschwer beleuchtet. Ich weiß. Nein, er ist nicht. Okay, jetzt funktioniert es genauso, wie ich es wollte. Also wenn ihr dann mit dem Minecraft von Lukas fahrt und ihr wollt direkt zu mir weiter, haltet ihr den Kopf an und dann drückt ihr nochmal den Button. Dann fahrt ihr nämlich direkt wieder zu mir. Geil, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Yes. Kannst du eine Beschreibung neben das Minecraft legen? Nein. Aber übrigens, wenn ihr dann zu mir wollt, habt ihr dann am Ende des Ganges von Marius noch eine Schrank, eine Weiße. Dann könnt ihr dann entscheiden, ob ihr zu mir wollt oder zu Dispati. Dann müsst ihr dann die Weiße dementsprechend stellen. Das müsst ihr aber im Minecraft machen. Dann heißt es, ich brauche auch ein bisschen Geschick. Aha. Aber ihr wisst doch nicht, wie die Weiße steht. Das ist auch das Problem. Okay, jetzt fahr ich spiel. Wunder. Wie schwer bin ich eigentlich? 20. Interessant. Bald auf Diamantenebene. So, schickt man jetzt zurück. Ja, ich brauche jetzt irgendwie das Stone und so was. Und deswegen fange ich jetzt an, liebe Leute. Mit, 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 mit. Gold. Gold gefunden. Egal. War mir das so voll. Deshalb, darf ich jetzt mal aussprechen, ihr Lappen? Dankeschön. Deshalb, haltet es den Maul. Ja, ja, ja. Oh, ich habe hier ein Lava-Eimer. Wo kommt der her? Oh, hm. Hm, was kann man mit Lava machen? Da kann man Sachen... Hallo. Da kann man Sachen in Brand setzen. Was ist denn alles entzündlich? Holz, aber kein Sandstein. Haha. Bitch. Mein Boot, äh, hier, mein, äh, mein Weg ist nicht entzündlich. So? Na. Kann ich dir gar nicht vorstellen. Nein. Ich muss gleich mal in einem praktischen Experiment ausprobieren. Nein. Nein. Aber das ist... Weil Holz wirklich nicht entzündlich ist, habe ich mal... Oder ist mir mal fest... Habe ich mal festgestellt, wenn du die Reaktion... Und diese schöne Geschichte von Markus erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss.